Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine Kofferwaage hier richtig benutzen kannst, damit du einfach beim Flughafen keine bösen Überraschungen mit deinem Gepäck erlebst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei den meisten Airlines ist es so, dass so ein normaler Koffer hier bis 23 kg und so ein Handgepäck hier bis 8 kg ohne Aufpreis mitgenommen werden kann. Sicherheitshalber sollte man sich aber bei der entsprechenden Airline nochmal davor informieren. So eine kleine digitale Kofferwaage hier ist ideal zum Wiegen von diesem Koffer hier unten und das Beste hierbei kann natürlich mit in den Urlaub genommen werden und für den Rückflug auch wieder verwendet werden. Zur Bedienung muss ich jetzt einfach mal die Kofferwaage hier vorne anschalten, das ist auch schon geschehen, und dann schauen, dass auch hinten die richtige Einheit da ist. Bei mir ist es Kilogramm. Wenn nicht, dann müsste ich bei Unit mich jetzt noch ein bisschen durchklicken. Da kann man nämlich auch auf Fund zum Beispiel gehen und sich sogar die Temperatur anzeigen lassen. Doch, wir bleiben jetzt mal bei Kilogramm. Als nächstes, ich schnalle hier unten einmal durch, den Haltegriff durchgeben, schauen, dass wir schön mittig bleiben und hier oben bei meinem Dreieck einhängen. Nun den Koffer nur mit meiner Waage hier oben nach oben heben, dass er natürlich nicht am Boden aufkommt und das so lange, bis diese Anzeige hier oben dreimal blinkt, denn dann wird das Gewicht auch eingespeichert. Das ist auch schon geschehen und zum Schluss muss ich natürlich nur noch das Gewicht ablesen. Bei mir zeigt das jetzt 4,95 Kilogramm an, womit ich natürlich weit unter den 23 Kilo bin und somit habe ich diese Kofferwaage auch schon richtig benutzt. Wenn du dir jetzt übrigens so einen hochwertigen Koffer hier oder auch eine Kofferwaage zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Notasielern hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zur Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.